Mein Name ist Linda Konrads. Ich habe meine Schwester ermordet. Mein Name ist Linda Konrads. Und ich weiß nicht, ob ich meine Schwester ermordet habe. Mein Name ist Linda Konrads. Und ich habe den Mörder meiner Schwester gesehen. Mein Name ist Melanie Rabe. Mein Roman heißt Die Falle. Und darin ist nichts so, wie es zunächst scheint. Untertitelung des ZDF, 2020